Mit der Nummer 55, jetzt viel Platz hier für Josephson, herrlich das Zuspiel, auf Galle Andersson. Freg, Freg mit dem Pass und dann fällt hier das 1 zu 0. Kommt ziemlich einfach durch die neutrale Zone durch und das ist doch etwas erstaunlich gegen dieses Lausanne. Schön hier auf die Querpässe und ein wunderbares Tor zum 1 zu 1. Nächste Möglichkeit. Und der EHC Biel, powert weiter mit dem Treffer für Forster, gleich nachgelegt 2 zu 1 für die Seelen. Guter dafür von Salomäki, Auffoldet, der hier den Ausgleich erzieht. Guttig, wie sie hier antreten, Haas holt sich die Scheibe gegen Stefan, knapp nicht. Stefan aus dem Gassen und Olofsson mit dem Treffer. Der Mutebel. Jus, 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 Winter im ersten Treffer dieser Partie. Und da... Bader, Bader und Ausgleich, jetzt Züter, Colton Sivier. Züter, Jus, 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 Jus. Motti. Motti. Noch eine halbe Minute doppelte Überzahl und hier ist das Tor. Kilian Motti mit dem Ausgleich. Jetzt der Pass vorne, super. Bögller von Heim lanciert. Bögller, Tor. Das ist die Entscheidung. Dario Bögller mit dem 2 zu 1, dem Siegestor in der Overture. Riedi. Bolzhauser und die Scheibe im Tor zum 1 zu 0 für die Gäste. Ein kurier... Personen und Michaelis. Auch er mit seinem ersten Treffer. Sarri Arbi trifft! Für die Tigers setzt den Schlusspunkt der Neue. Winik für Tömenes, schön gespielt Tömenes und dann ist das 1 zu 0 für Genf Tatsache. Stranski kommt für ihn, Hartig einen, Tömenes, Hartig einen, 2 zu 0. Priestett, noch einmal Priestett trifft! Auch Leon Priestett meldet sich an. Oh, Marc musste da befreien, dann Knack, Knack, Simon Knack mit dem Ausgleich. Kaplon gegen Nash Liman trifft! Ja! 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 Ja!